Hallo zu Captain and Crobs und Bauern Nuskeln und zu einem neuen Early Access Update Release V0152 vom 26. April also heute. Es ist wie ihr seht ja auch unten V0152. So dann wollen wir mal vorlesen. Mit dem heutigen Update V0152 haben wir einen Bug des Helfers gehoben, bei dem Felder nach Laden eines Savegames teilweise nicht mehr bearbeitet wurden. Weitere Änderungen betreffen den MB-Track, den Klammern neuer Oberlenker und den Dolz 7250 Klammern Anpassung von Oberlenker, Längen und Heckhydraulik. Äh, jo, da werde ich fast, äh, ja, ok, werde ich überfahren. Ähm, ja, euer, äh, MWB Team, ja, und du störst dir. Ich sage da mal, tschüss, bis zum nächsten Update oder neuen Missionen. Bis dann.